Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1670. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und in dieser Woche, da gibt es ja ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Nein, es ist nicht die Vorstellung oder die Inverkehrbringung der neuen iPhones von Apple. So spannend die Geschichte auch ist, dass es jetzt zwei Telefone von Apple gibt, aktuelle Geräte, das iPhone 5C und 5S. Und es ist auch gar nicht wirklich wichtig, dass es in dem kleinen Telepunktladen hier bei mir um die Ecke gestern zum Verkaufsstart nur drei Geräte gab, die auf Lager waren. Zwei davon waren bereits vorreserviert. Und das einzig freie Gerät, was noch erhältlich war, das habe ich mir dann tatsächlich holen dürfen. Ich bin eine halbe Stunde vor Ladenöffnungszeit hin, habe mich dahingestellt. Alle, die nach mir kamen, hatten zumindest für diesen Tag das Nachsehen. Natürlich konnte man sich dann keine Farbe auswählen. Man konnte sich nicht seine Lieblingsspeicherkonfiguration auswählen, sondern man musste nehmen, was es eben gab. Ein iPhone 5S in Space Gray ist es also geworden. Und für alle, die vielleicht diesen Fingerabdrucksensor für eine Spielerei halten, denen kann ich sagen, wenn ihr so ein Ding haben solltet oder euch besorgt, ihr wollt nie mehr ohne. Es ist echt der Hammer, wie dieser Fingerabdrucksensor das Leben erleichtert beim Entsperren des Gerätes, wenn man sich irgendein schönes Lied kauft. Das ist einfach super gut durchdacht und funktioniert atemberaubend zuverlässig. Hätte ich nicht gedacht, dass Apple jetzt auch noch den Fingerabdrucksensor neuer findet. Denn Fingerabdrucksensoren gibt es ja schon eine ganze Menge auf der Welt. Wer mal einen Dell-PC hatte oder Dell-Laptop, der so einen Sensor hatte, der weiß, wovon ich rede. Das war eher eine Krankheit als ein Fingerabdrucksensor. Das iPhone 5S zeigt, wie es geht. Interessanterweise. Damit hat Apple sich wieder an die Spitze der Technologie gesetzt. Aber es geht, wie gesagt, um die wichtigen Dinge diese Woche. Und das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist die Bundestagswahl, die uns morgen ins Haus steht. Die Wahlen zum Deutschen Bundestag, jeder hat wahrscheinlich eine Wahlbenachrichtigung, bekommen zumindest die Hörerinnen und Hörer vom Nachtzug nach Hamburg, weil sie in dem Alter sind, wo sie wahlberechtigt sind. Aber auch wenn ihr eure Wahlbenachrichtigung verlegt haben solltet, ich bitte euch, geht dennoch zur Wahl. Es reicht ein Personalausweis, wenn ihr also in die für euren Wohnort zuständige Institution geht. Meistens ist das Wahllokal ja eine Schule oder eine Turnhalle oder ein anderes öffentliches Gebäude. Geht bitte zur Wahl und überlegt euch gut, wo ihr euer Kreuz macht. Auch wenn es ein ganz alter Hut ist, die Zweitstimme. Und deswegen sage ich es dennoch nochmal, weil manche wissen es immer noch nicht, die Zweitstimme ist die wichtigste Stimme, denn die entscheidet über die Sitzverteilung im Bundestag. Wenn also zum Beispiel so eine Partei wie möglicherweise die FDP kommt und sagt, wählt doch von mir aus eure Lieblingspartei mit der Erststimme und gibt uns, armer kleiner FDP, doch wenigstens eure Zweitstimme. Also sollte das jemand sagen, dann ist das eine absolute Unverschämtheit und grenzt aus meiner Sicht schon fast an Betrug, denn die Zweitstimme ist die wichtige. Also die Partei, für die ihr steht, die solltet ihr mit der Zweitstimme wählen und die Erststimme, die gibt man dem Direktkandidaten aus seinem Wahlkreis. Da kann man auch ein bisschen strategisch vorgehen, angenommen ihr möchtet, dass im Bund Rot-Grün regiert, wisst aber, dass in eurem Wahlbezirk die SPD ziemlich stark ist, dann lohnt es sich, den Direktkandidaten mit der Erststimme zu wählen, weil der dann eine große Chance hat, in den Bundestag zu kommen. Und die Zweitstimme gibt man dann der kleineren Partei, die es vielleicht ein bisschen schwieriger hat. Aber das ist nur ein Beispiel, das funktioniert natürlich auch mit allen anderen Parteigruppierungen. Wen ihr wählt, das wisst ihr selber sicherlich jetzt am Vorabend schon ganz genau. Wer es noch nicht weiß, ihr müsst einfach nur mal die letzten Jahre Revue passieren lassen und vor allen Dingen immer analysieren, wer ist Ross und wer ist Reiter. Ja, es gibt viele Parteien, die sich irgendwelche Erfolge auf die Fahnen schreiben, die möglicherweise aber gar nicht auf ihr Mist gewachsen sind, sondern von der Vorgängerregierung kommen und so weiter und so weiter. Vielleicht habt ihr auch nicht vergessen, wie es eine Bundeskanzlerin versucht hat, einen Bundespräsidenten gegen den Willen des Landes und der Bevölkerung zu installieren, während alle schon immer den Joachim Gauck haben wollten, hat Frau Merkel ja den Herrn, oh Gott, habe ich den Namen schon wieder fast vergessen, natürlich nicht, Christian Wulff installiert. Sie hat sicherlich nicht getan, um unserem Land einen Gefallen zu tun, sondern um sich persönlich einen Gefallen zu tun, nämlich einen unliebsamen Konkurrenten einfach wegzuloben zum Schaden unseres Landes, zumindest was das Ansehen anbelangt. Gott sei Dank ist sie mit ihrem Plan gescheitert. Ob sie mit weiteren Plänen Erfolg hat oder auch zurecht scheitert, das entscheidet ihr dann morgen am 22.09. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wenn morgen um 18 Uhr die Wahllokale schließen, was die erste Hochrichtung sagt. Vielleicht hören wir uns dann auch wieder, das war es für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht, ich sagte es gerade schon, hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Das ist immerhin.